Oh mein Gott, nein, 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 nein. Hallo, meine Kartoffelfreunde und willkommen zu einer neuen Runde von Minecraft Survival Games auf dem guten gommehd.net-server. Ähm, Moment, ich muss mein Mikro so. Oh, und ja, wir spielen auf dem guten Wolf City Map, genau, ganz kurz überlegen. Und ich habe endlich meine neue Grafikkarte. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sie ist so heftig, ne? Meine Grafikkarte, ich würde die heiraten, wenn ich könnte, ne? Ohne Scheiß. Wir haben erstmal komplette Rüstung, das ist schon mal richtig nice. Ich kann unbedingt, ich kann Shader benutzen, ich kann alles benutzen auf meiner Grakka. Das Problem ist nur, im PvP finde ich die eher nicht so von Vorteil. Deswegen habe ich die jetzt ausgestellt, aber bei der Let's Battle Staffel werde ich auf jeden Fall den Shader anmachen. Also das, da führt kein Weg drum rum. Da, oh. Ein Eisenschwert, geil. Da führt auf jeden Fall kein Weg drum rum. Das Problem ist nur, oder wir haben zur Zeit leider ein kleines Problem, denn wir wollten... Oh, normalerweise ist hier immer eine Truhe. Wir wollten heute aufnehmen, aber leider musste einer von uns absagen und deswegen verschieben wir das Ganze jetzt auf Sonntag. Das heißt, es werden jetzt die nächsten Tage wahrscheinlich keine Let's Battle Folgen kommen. Aber das ist ja nicht so schlimm, denn es geht ja bald weiter und damit können wir ja alle leben. Das ist ja alles in Ordnung. Alter, wir haben ja richtig gutes Equipment. Jetzt werde ich mich jetzt mal hier ausrüsten. Zack, den Helm haben wir schon. Hose brauchen wir auch. Das kommt auf zwei. Drei. Weg damit, weg damit, weg damit. Das können wir essen brauchen wir. Die Hühnchen können auch weg. Das muss ich wohl sagen, auf in den Kampf, ne? Ohne Scheiß, Alter. Ich habe selten so eine gute Ausrüstung gehabt. Wenn wir jetzt nicht verrecken, dann sind wir echt gut dabei, du. Dann können wir ja sogar gewinnen. Ach, ne, wir haben kein Level. Sonst würde ich sagen, könnten wir noch enchanten. Okay, gut, so. Gehen wir mal hier raus und gucken, wer uns hier draußen so erwartet. Und dann ganz niemand. Gut, ich muss heute leider mal alleine aufnehmen, weil ich irgendwie alleine aufnehmen muss. Aua. Huch, meine Maus, so. Und ja, wir hatten ja jetzt Weihnachten. Ich hatte mal eine neue Grakka. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so zu Weihnachten bekommen habt. Das würde mich mal interessieren, was die anderen Leute alle so kriegen. Ich habe mir eine Grafikkarte gewünscht, eine Grafikkarte bekommen, ergattert sozusagen. Und ja, demnächst werde ich mir von dem Geld, was ich halt zu Weihnachten bekommen habe, auch ganz entspannt eine neue Webcam kaufen, damit ihr nicht mehr diese Hartz-IV-Webcam hier sehen müsst. Die Beleuchtung ist auch ganz in Ordnung, da brauche ich ja nichts dran ändern. Aber auf jeden Fall werde ich mir eine neue Grafikkarte holen. Nice, der hatte gute Rüstung. Die kann weg. Zack. Zack, zack. Auf jeden Fall werde ich mir eine neue, nicht Kraka. Warum sage ich ihm Kraka? Ich werde mir eine neue Webcam holen. Und, ähm, ich weiß zwar noch nicht welche, aber auf jeden Fall eine, die eine bessere Auflösung hat. Auf jeden Fall eine, die eine bessere Auflösung hat als meine jetzige. Weil meine jetzige, naja, gefällt mir einfach nicht. Die Webcam bringt's nicht, die, naja, ich, man sieht meinen Mund, wie ich mich bewege, nicht wirklich drauf. Man sieht eigentlich nur verpixelten Shit. Und, ähm, nicht mal 30 FPS, weißt du, und dann diese 10 FPS da, die da abgespielt werden, da kann ich mir auch, hab ich mir gedacht, komm, bevor die Leute da hier sich beschweren, holst du mal eine neue, ne? Wird auch langsamer Zeit. Kostet ja auch nichts, ne? Das ist ja nicht, das kann für einen Aufwand oder so. Wir können ja hier mal ein paar Sachen loswerden. Das kann weg, das kann weg. Haben wir Pfeile? Haben wir auch nicht. Die ganze Rüstung, die wir nicht brauchen, kann weg. Die Holzdinger können weg. Die können wir mal behalten. So. 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 Das soll kein anderer haben. Das ist unser Sinn. Zack. Und weiter geht's. Also wir sind heute relativ gut dabei. Es sind nur noch 5 Leute da. Das ist mal eine Runde, mit der ich zufrieden bin und leben kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt rennen wir nochmal in die Mitte und gucken, was wir da noch so ergattern können. Vielleicht kriegen wir ja noch ein Eisenhemd. Oder, äh, beziehungsweise Eisen, ja doch, Eisenbrust und Eisenhose. Dann wäre der Tag doch eigentlich gerettet. Oh, die Uhr, hat jemand Essen vergessen? Und da kann man sogar was craften in der Mitte. Stimmt, die habe ich gleich gesehen. Ne, ich habe immer noch den Weihnachtstexture Pack, das Weite, Weihnachtstexture Pack drinnen. Von Paper Cutout. Guck mal, jetzt geht hier noch so ein spannender Fight kurz vor Ende los. Wir verfolgen mal den, der war nämlich schon relativ angeschlagen. Zack, zack, zack. Ich hoffe hier... Urinator Jan, ne, Jan. Urinator Jan, okay. Dann gucken wir mal, ob wir den... Alter! Auf deine Waffen her! Komm, bleib hier! So, den haben wir auch, nice! Gut. Die also waren alle relativ angeschlagen. Das hat nichts mehr Sinnvolles mehr, ne? Ne, nichts Gutes. Doch eine Eisenhose haben wir jetzt noch, aber keine Eisenbrust. Na, okay. Gut. Ja, wieso soll ich mir dem eine Waffe geben? Ich habe niemals, noch nie irgendwen gesehen, der Fair gespielt hat. Ohne Scheiß, Alter. Hier, hier braucht doch keiner hier eine Waffe. Kann auch mal da Faust gewinnen. So, wenn er gefendet hat. Na, der war eben... Den hatten wir doch eben auch schon. Komm. Ich weiß, dass du... Ich habe mein Handy nicht auf Stumm gestellt. Ich weiß, dass du auf jeden Fall angeschlagen bist. Du wirst auf jeden Fall jetzt wegrennen und hoffen, dass ich dich nicht weiter verfolge, aber... Du kannst mich am Arsch lecken, du kleiner Hund. Denn ich kriege dich. Joker 2704. Spätestens in Deathmatch gehe ich auf dich. Ich glaube mir. Das kannst du mir glauben. Dann haben wir unser Eisenschwert hier weggeschmissen. Gucken wir mal, kommt er auf uns zu. Ne, es sind nur noch... Wie viele Leute sind dann im Finale? Eins. Der zählt auf uns. Drei Leute sind hier, auf jeden Fall. Okay, ich will jetzt nicht gleich am Anfang reingehen, weil dann haben wir gleich wieder das Problem, dass wir angeschlagen sind und gegen den Letzten kämpfen müssen. So, Devil, Sigma, Simca und Drugs möchte auf jeden Fall eine Waffe haben. Ja, das ist mir relativ scheißegal, den töten wir trotzdem. So, gehe ich mal ein bisschen ein Stück nach vorne, dann könnt ihr mich auch besser sehen. So. Der kriegt keine Waffe, vielleicht könnte ich den ja von hinten sogar holen. Also die trauen sich alle noch nicht so wirklich sich gegen, sondern hier zu kämpfen. Aber, jetzt gehen wir mal auf den hier. Ich meine, der hat sich hier bis zum Ende... Ich hasse solche Leute, die man nicht treffen kann, ne? Den haben wir ja bis zum Ende. Der wird jetzt von dem verfolgt, okay, dann werden wir da mal... Das Ding ist, der kann ja auch wirklich nichts machen mit seiner Hand, ne? Oh mein Gott, nein, 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 nein. Wir müssen auf jeden Fall weg, oh mein Gott. Ich wusste, dass es keine gute Idee war, sich da einzumischen und scheiß. Ja, jetzt heul nicht. Das war... Der hat ganz gut Schaden gefressen, die werden... Oh, er hat eine Waffe. Ah, fuck. Ich will da jetzt nicht so rein, dann werde ich nämlich gleich auch verrecken. Weiter sneaken, weiter sneaken. Eins. Nein, nein, nein. Ah, fuck. Mann, das war richtig knapp. Was, jetzt hat er eine Waffe gekriegt, jetzt will er uns auch noch alle ficken, oder was? Jetzt töte ich ihn doch wenigstens, der hat nichts mehr. Gut, wir sehen uns gleich in der nächsten Runde, eine zweite hau ich noch hinten dran. Und willkommen zurück zu der zweiten Runde von Minecraft Survival Games. Kommen wir ja auf Mushroom Country. Obwohl die echt nicht aussehen wie Pilze. Naja, egal. Ähm. Ich hoffe, dass die Runde genauso gut sein wird wie die letzte. Wie ja schon einige Mal in den Kommentaren erwähnt haben, sollte ich ja mal ein bisschen hier bessere Runden aufnehmen und hier zum Spielen verwenden. Und genau darum bemühe ich mich jetzt. Ich versuche möglichst gute Runden zu spielen. Ich bin, habe auch in letzter Zeit sehr viel PvP geübt. Und bin auf jeden Fall schon besser als am Anfang. Also ich habe auch schon mehrere Runden gewonnen jetzt. Huch, nein, das brauchen wir gar nicht so. Zack, dann zack, 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 zack. So kommst du. Wir haben nur noch eine Sache zu essen. Darum sollten wir uns vielleicht nochmal kümmern. Oh Mann, ey, das ist so nervig. Immer laufen die alle weg. Okay, gut. Aber ich werde nicht immer alle chasen, wie bekloppt. Deswegen, oh, das ist ein Dreierfighter. Können wir bestimmt abstauben. Der rennt schon weg. Den versuchen wir mal uns zu holen. Der hatte nichts mehr und der hat auch nicht mehr so viel. Stirb. Ja. Oh, so. Da kommt noch einer. Wir müssen jetzt ganz schnell hier weg. Ich glaube, hier wird uns keiner entdecken. Jetzt können wir nämlich erstmal Sachen sortieren. Oh Gott, sorry, dass ich gerade so still war. Da musste ich mich hier gerade wirklich mal konzentrieren. Okay, wir haben Eisen. Wir haben Steaks. Wir haben ganz gute Rüstung. So, zack. Und hier haben wir noch was zu essen. Ich denke mal, damit können wir gleich weitergehen, ne? Das ist ein relativ gut ausgerüstet wieder mal. Warum ist der eigentlich, warum ist der wieder im Boden verpackt? Das ist... Oh mein Gott, jetzt kommt er mit seinem Pfeil an. Verfolgt er mich noch? Ja, der verfolgt mich noch, aber da kommt noch ein Zweiter. Ja, ne, den gegen den kommen wir nicht an. Ach, Mann. Egal. Immerhin zwei ganz gute Runden. Die erste war besser als die zweite auf jeden Fall. Wenn euch das gefallen hat, gebt mir doch ein Däumchen hoch. Kommentiert, äh, nicht vergessen. Hier, kommentiert nicht vergessen mit denen, äh, was ihr zu Weihnachten bekommen habt alles. Und dann sage ich erstmal, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, schlechte Unterhaltung und Kartoffelsalat. Toodaloo!